Wenn's passiert, dann passiert's. Und dann gleich mit voller Wucht. Huu, ist dann Loser! Der Film der Woche. Sie hat nichts mehr zu verlieren und will nur noch weg. Comedy-Queen Melissa McCarthy und Susan Sarandon im skurrilen Roadtrip durch Amerika. Tammy, voll abgefahren. Sonntag 20 Uhr, exklusiv auf Teleclub Cinema.